Hallo, ich bin der Wahid. Ich zeige euch heute das Lernlio von Samariterbund. Kommt mit! Also meistens mache ich hier die Hausübung und das ist die Pia. Die hilft mir dabei. Die ist echt nett. Und heute bin ich schon fertig. Jetzt habe ich einen super lustigen Nachmittag. Wir haben ganz viele coole Spiele. Eine gesunde Jause. Und eine gemütliche Leseecke zum Chillen. Ich komme gerne ins Lernlio. Ich habe Go! Danke!